Herzlich Willkommen zur sechsten Episode des Tschüss-Basedo-Podcasts, Deinem Audio-Guide, der Dir eine ganzheitliche Betrachtung dieser Erkrankung bietet und Dich empowert, damit Du Deine Gesundheit in die eigene Hand nehmen kannst. In dieser Folge erfährst Du, warum es Deine Heilung unterstützen kann, wenn Du Deine Ernährung der Erkrankung anpasst, wie die ideale Ernährung bei Morbus Baseldo aussieht, welche Do's und Don'ts Du kennen musst, welche Nährstoffe jetzt für Dich wichtig sind, wie Du Dich buchstäblich gesünder futtern kannst, wie Du Dein Immunsystem mit der richtigen Ernährung unterstützen kannst und noch vieles mehr. Ich bin Gerti Schöpel, Deine Mentorin und wünsche Dir nun viel Freude und gute Erkenntnisse. Auch bei dieser Podcast-Folge möchte ich Dich wieder auf den medizinischen Disclaimer hinweisen. Alle Informationen, die ich Dir hier gebe, sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und haben mir und vielen anderen Frauen sehr geholfen, ihre Erkrankung in den Griff zu bekommen. Wenn Du Dir unsicher bist, frag bitte Deinen Arzt oder Heilpraktiker, ob die hier vorgeschlagene Ernährungsform für Dich geeignet ist. Triff eigene, gute Entscheidungen für Dich und hör immer auf Dein Herz und Deinen Verstand. Nimm Dir das Beste mit raus und den Rest lass einfach liegen. Nahrung zu sich zu nehmen ist ja etwas, was wir idealerweise täglich und mit Freude tun und das ist eine super einfache und praktische Möglichkeit, täglich etwas für den Körper zu tun. Außerdem gibt es Dir ein richtig gutes Gefühl, weil Du Dich handlungsfähig fühlst, Deine Erkrankung verbessern kannst und das Gefühl hast, dass Du über die Ernährung jeden Tag ein Stückchen mehr dazu beitragen kannst, dass Deine Heilung in greifbare Nähe rutscht. Es kann nach einer anfänglichen Umstellung sogar richtig Spaß machen, weil sich in der Regel schnell Erfolge zeigen. Und eine passende Ernährung hilft Dir, rechtzügig zu mehr Wohlbefinden und weniger belastenden Symptomen zu kommen. Keine Sorge, Du musst jetzt nicht mit eiserner Disziplin und Härte durch irgendein krasses Ernährungskonzept durchgehen, sondern wir werden eine gesunde 80-20-Regel machen. 80% solltest Du Dich an die von mir vorgeschlagene Ernährung halten, zumindest solange Dein Basodur aktiv ist und mache bitte 20% Ausnahmen, um gesund, glücklich und lebensfähig zu sein. Das heißt, geh mal mit einer Freundin ein Eis essen, setz Dich einfach mal mit der Familie an den Geburtstagstisch und lass es Dir richtig schmecken, ohne schlechtes Gewissen und mit Freude. Über Deine Ernährung kannst Du die Überfunktion bremsen. Und ganz viel habe ich Dir schon in Folge 5 über das Jodhungern erzählt. Aber wir haben noch mehr Tricks auf Lager, die ich Dir gleich verraten will. Du kannst Entzündungsprozesse stoppen, denn Morbus Basodur ist eine Autoimmunerkrankung, die mit ganz vielen Entzündungsprozessen einhergeht und es ist ja klug, da anzusetzen und den Körper zu unterstützen, dass viel weniger Entzündung stattfindet. Außerdem kannst Du Dein Immunsystem stärken, was wichtig ist, denn Dein Immunsystem ist gerade richtig gefordert. Fassen wir also nochmal zusammen. Die ideale Ernährungsweise bei Morbus Basodur sollte an allen Punkten ansetzen, an denen die Erkrankung Dir Schaden zufügt. An der Überfunktion, an der Entzündungsreaktion und an der Schwächung Deines Immunsystems. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich in den nachfolgenden Minuten sehr viel mit anti-entzündlichen Nahrungsmitteln beschäftigen und auch solchen, die Entzündungen fördern. Ich werde Dir mehr erzählen über biologische Schilddrüsenblocker und Du wirst lernen, wie Du eine Ernährung zusammenstellen kannst, die darauf abzielt, Deinen Körper zu stärken und Deinen Basodur zu bremsen. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir mit dieser Form der Ernährung Folgendes erreichen möchten. Die Jodbelastung für Deinen Körper vermeiden, denn erinnere Dich, Jod ist der Treibstoff, der Deine Schilddrüse anheizt und der Dich direkt in die Überfunktion hineinkatapultieren kann. Außerdem möchten wir den Darm unterstützen und die Darmflora gesund halten. Wir wollen reichlich Antioxidantien in den Körper hineinbekommen, denn diese wundervollen Stoffe wirken anti-entzündlich und wirken gegen die Entzündungsprozesse, die gerade in Deinem Körper stattfinden. Wir wollen fremde Hormone vermeiden, denn fremde Hormone stören immer Dein fein austariertes eigenes Hormonsystem und deshalb lassen wir sie bei dieser Ernährungsform weg. Wir wollen alle entzündungsfördernden Nahrungsmittel vermeiden, wir wollen Entzündungen mit anti-entzündlichen Lebensmitteln vermindern und Deinen Körper mit allen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen versorgen, die er braucht. Ganz, ganz wichtig ist auch, dass Dein Blutzuckerspiegel nicht schwankt, dass der stabil bleibt, denn ein schwankender Blutzuckerspiegel ist purer Stress für den Körper, löst Heißhungerattacken aus und da Dein Stoffwechsel eh gerade auf Hochtouren läuft und Du wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Appetit hast als vor der Erkrankung, tut es Dir richtig gut, wenn auch dieser Punkt endlich aufhört. Die ideale Ernährungsform bei Morbus Baseldo besteht also aus jodarmen Speisen, aus vielen biologischen Schilddrüsenblockern, was das ist, da komme ich gleich zu, und Superfoods und anti-entzündlicher Ernährung, die Entzündungsprozesse stoppt und Dein Immunsystem stärkt. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass Du auch alle Don'ts kennst, also alle Lebensmittel, die Du jetzt unbedingt weglassen solltest. Was sind biologische Schilddrüsenblocker? Also, als biologische Schilddrüsenblocker können wir alle Pflanzen, Gemüse, Kräuter und Früchte bezeichnen, die bei Menschen mit Jodmangel eine Vergrößerung der Schilddrüse bewirken, also einen Kropf ausbilden. Das sind sogenannte Goitrogene, Kropfbilder, und diese Nahrungsmittel sind für Dich eine heilende Nahrung. Denn bei Dir kann kein Kropf entstehen, da Dir das TSH fehlt. Ganz im Gegenteil, bei Dir wirken diese Lebensmittel als ganz natürliche Bremse für Deinen Baseldo. Ein bisschen so wie die Schilddrüsenblocker, die der Arzt Dir wahrscheinlich verschrieben hat. Und diesen coolen Effekt, den machen wir uns einfach zunutze. Was sind das jetzt für Lebensmittel? Zum Beispiel Zwiebeln und Knoblauch, aber auch Bärlauch und andere Lauchgewächse enthalten natürliche Schilddrüsenblocker, die chemisch ähnlich stark wirken wie Propyl-Tiurazil, also dieses schilddrüsenblockende Medikament. Ähnlich sieht es mit schwefelhaltigen Kohlgerichten aus, also Weißkohl, Rosenkohl, Brokkoli. Sie alle bremsen auf biologische Weise die Schilddrüse, wenn, und das ist wichtig, sie roh genossen werden. Das heißt, Du kannst Kohlrabi roh knabbern oder Dir Grünkohl in einen Smoothie tun, beispielsweise. Außerdem zählen rohe Sojabohnen zu den Goitrogenen. Rohe Sojabohnen können bis zu 30% der Schilddrüsenhormone aus dem Blut in den Darm ziehen, wo sie ausgeschieden werden. Eine ähnliche Wirkung haben Erdnüsse. Erdnüsse enthalten Phenole, die Tyrosin binden, also die Aminosäure, aus der die Schilddrüsenhormone gebildet werden. Natürliche Schilddrüsenblocker sind auch in Hirse enthalten, in Aprikosen, Pfirsichkernen, Mandeln, Äpfeln und Leinsamen. Außerdem zählen Erdnüsse, Mais, Mandeln, Maniok, Raps, Soja, Hirse, Senf, Rosenkohl, Pinienkerne, Kohl, Grünkohl, Kohlrabi, Brokkoli, Blumenkohl, Radieschen und Meerrettich zu den biologischen Schilddrüsenblockern. Und Du merkst jetzt schon, es kommen ziemlich viele Infos, in dieser Folge. Vielleicht magst Du hier an dieser Stelle einmal kurz auf Stop drücken und Dir einen Zettel und einen Stift zurechtlegen, falls Du Dir Notizen machen möchtest. Ein besonders effektiver Schilddrüsenblocker wird in der wilden Tamarinde der Weißkopf-Mimose gefunden. Er wirkt in etwa so stark wie Propyl-Tiorazil und in der Tamarindenpaste oder in den Tamarindenfrüchten, die man hier im Asialaden zum Beispiel kaufen kann, ist ebenfalls in nicht ganz unbedeutender Dosis dieser Schilddrüsenblocker enthalten. Und mein Joker in Anführungsstrichen, wenn ich früher mal weggehen wollte oder mal Ausnahmen machen wollte von meiner Ernährungsform, war immer Tamarindenpaste. Denn Tamarindenpaste hat tolle Eigenschaften. Sie bindet zum einen das Jod aus dem Essen an sich und schleust es in den Darm, wo es ungenutzt aus Deinem Körper ausgeschieden wird. Zum anderen blockiert sie aber auch in Teilen die Schilddrüse in ihrer Arbeit. Und ich habe das dann immer so gemacht, dass ich mir zum Essen dazu irgendein süßes Getränk bestellt habe und mit so einem langstieligen Joghurtlöffel einfach einen großen Löffel voll Tamarindenpaste in das Getränk eingerührt habe. Warum habe ich mir ein süßes Getränk bestellt? Weil Tamarindenpaste ziemlich sauer ist und von der Konsistenz her vielleicht so ein bisschen wie Pflaumenmus in etwas, auch so eine dunkle Paste, ziemlich säuerlich. Auf Deutsch heißt Tamarinde auch Sauerdattel deswegen. Und ich fand, das war so ganz gut trinkbar. Aber vielleicht schmeckt sie dir auch. Also ich habe auch Frauen, die das gerne löffeln oder sich auf Brot streichen. Und probiere einfach mal aus, ob du um Tamarinde gut kannst und ob es dir schmeckt und ob du gut zurechtkommst. Kleiner Disclaimer hier vielleicht noch. In Übermaßen Genossen kann sie abführend wirken. Also wenn du jetzt ein ganzes Glas leer löffelst, wundere dich nicht, wenn du davon Durchfall bekommst. Außerdem habe ich, wenn ich essen gehen wollte und das geplant hatte, mir immer mein eigenes Salz mitgebracht und habe einfach meine Speisen, sofern es möglich war, ungesalzen bestellt. Welches Salz ist denn für dich gut? Also, wenn du im akuten Schub bist oder dein Baselod gerade erst diagnostiziert wurde und du noch Schilddrüsenblocker nimmst, dann würde ich unbedingt auf jedwedes Jod verzichten und am einfachsten gelingt dir das, wenn du ganz einfaches Siedesalz kaufst. Das ist das allerbilligste Salz, steht beim Edeka ganz unten im Regal als Eigenmarke und das würde ich so lange verwenden, bis du aus der ganzen Überfunktion und allem raus bist. Danach eignet sich ganz gut Steinsalz, weil es immer noch einen relativ geringen Jodgehalt hat. Was ebenfalls ein sehr, sehr stark wirkender Schilddrüsenblocker ist, ist eine Pflanze namens Wolfstrappkraut. Das ist eine Pflanze, die an den Ufern von Gewässern wächst, hierzulande. Die heißt auf Lateinisch Lycopus europeus und aus ihr werden sogar Medikamente hergestellt gegen Schilddrüsenüberfunktionen, die man in der Apotheke bekommen kann. Und dieses Wolfstrappkraut kannst du als Tee bestellen, als Teekraut getrocknet und kannst mal schauen, dass du dir daraus einen Schilddrüsenhemmenden Tee machst. Wolfstrappkraut ist von allen Pflanzen, die ich kenne, diejenige, die wie für das Krankheitsbild von Morbus Baseldo erschaffen ist. Es senkt die Produktion der Schilddrüsenhormone und hemmt den Transport von Jod zur Schilddrüse. Es bremst die Umwandlung von T4 zur hochaktiven Form des Schilddrüsenhormons T3. Die Aktivität der Schilddrüse wird reguliert und Wolfstrapp bremst die Anregung der Schilddrüse über das Thyreotropin aus der Hirnanhangdrüse. Außerdem hilft es auch bei den typischen Herzbeschwerden, also bei diesem Herzrasen, was bei Morbus Baseldo dabei ist. Es bewirkt eine Linderung, wenn sich die Schilddrüse vergrößert hat und man dieses typische Kloßgefühl im Hals hat. Außerdem hilft es auch bei Zyklusbeschwerden, denn es hat auch einen Einfluss auf unsere beiden Geschlechtshormone, auf Östrogen und Progesteron. Und es hilft gegen Wassereinlagerungen und Spannungsgefühle vor der Periode. Wolfstrappkraut besänftigt PMS, weil es hormonell regulierend in den Hormonhaushalt eingreift. Also es gleicht einfach ein bisschen aus. Das heißt, zusammengefasst, kannst du über die Ernährung, wenn du schon im Jodhungern bist, gleichzeitig auch noch, indem du aktiv biologische Schilddrüsenblocker zu dir nimmst, deine Überfunktion bremsen. Und das funktioniert sehr, sehr gut, auch und parallel zu den Schilddrüsenblockern. Da Morbus Basido eine Autoimmunerkrankung ist mit ganz vielen Entzündungsprozessen, ist es wichtig, dass du über deine Ernährung antientzündliche Stoffe in deinen Körper hineinbringst und deinen Körper dabei unterstützt, all die Schäden, die durch die vielen Entzündungen ablaufen, abzufangen und zu stoppen. Antientzündliche Lebensmittel sind hier das Zauberwort und diese unterteilen sich in mehrere Gruppen. Die erste Gruppe sind die Antioxidantien und wie der Name schon sagt, steckt da das Wort Sauerstoff, also Oxid, drin. Die verhindern die Oxidation, also die Schäden deiner Körperzellen durch Sauerstoff, ganz vereinfacht gesagt. Das stärkste Antioxidant übrigens ist das Melatonin und das schüttet deinen Körper selber aus, wenn du schläfst. Das heißt, Schlaf ist auch antientzündlich. Habt es mal im Hinterkopf für einen antientzündlichen Lifestyle. Guter Schlaf und regelmäßig Tageslicht sorgen für einen gesunden Melatoninhaushalt und damit eben auch für eine antientzündliche Lebensweise. Unsere moderne Ernährung liefert uns leider dadurch, dass sie auf der Basis von Getreide, Milch und Fleischprodukten basiert, zwar Proteine, Kohlenhydrate und Fett in Hülle und Fülle, aber Antioxidantien sind dort nur dünn gesät. Das heißt, wir nehmen zwar zu und diese Nahrung macht uns auch irgendwie satt, aber gleichzeitig hat man festgestellt, ist diese Ernährungsform auch eine, die uns immer kränker werden lässt. Was fehlt, ist nämlich häufig eine reiche Auswahl an verschiedensten Gemüse, Früchten, Wildpflanzen, nährstoffreichen Pflanzen, nährstoffreichem Gemüse, vielleicht auch Keimen und Sprossen, in denen zum Beispiel auch Bitterstoffe enthalten sind, wo naturbelassene Öle und Fette, Ölsaaten und Nüsse vorkommen. Weil alle diese Lebensmittel sind optimale und reiche Quellen mit wertvollen Antioxidantien. Ich hoffe, es versteht sich von selbst, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du eine gesunde Ernährung auf der Grundlage von Bio-Lebensmitteln und vielen, vielen frischen Kräutern und frischem Obst und Gemüse anstreben solltest, denn die fördert am ehesten deine Gesundheit. Es gibt fünf große Gruppen wirksamer Antioxidantien. Das sind die Vitamine, vor allen Dingen Vitamin E und C, Mineralien, Spurenelemente, Enzyme und sekundäre Pflanzenstoffe, auch bioaktive Pflanzenstoffe oder Phytochemikalien genannt. Und diese wurden ursprünglich von einer Pflanze und einer Frucht gebildet, um diese Pflanze oder diese Frucht vor zum Beispiel Pilzbefall oder Insekten oder UV-Strahlung zu schützen. Das heißt, Antioxidantien sind Stoffe, mit denen sich die Pflanzen vor allerlei Umwelteinflüssen und Fressfeinden schützen. Stell dir mal vor, du bist so eine Pflanze, du bist irgendwo festgewachsen, du siehst aber super lecker aus und jeder, wirklich jeder, der vorbeikommt, denkt sich, oh, lecker, da will ich irgendwas von fressen. Und es gibt gefühlt tausende von Tierchen, die an dir nagen, bohren, saugen, stechen, knabbern, knuspern wollen oder noch schlimmer, die vielleicht sogar deine Kinder in Form von Samen fressen wollen. Da musst du dir ja als Pflanze einiges einfallen lassen, weil weglaufen kannst du nicht. Und manche Pflanzen haben Dornen, Stacheln oder Brennhaare entwickelt, um Fressfeinde abzuschrecken. Aber die meisten haben sich noch was anderes einfallen lassen. Die haben sich nämlich vergiftet. Lektine sind hier das Zauberwort und Lektine sind sozusagen die Bösewichter der Selbstschutzmaßnahmen. Und ein ganz, ganz bekanntes Lektin ist das Gluten. Das ist einfach ein Klebeeweiß, mit dem sich zum Beispiel Weizen vor dem Gefressenwerden schützt. Lektine haben alle eine gemeinsame Eigenschaft. Sie sind klebrig, sie kleben sich im Körper an verschiedene andere Stoffe dran und das kann wiederum deinen Darm schädigen. Das heißt, für dich ist wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass Pflanzen nicht nur gute Stoffe für uns entwickeln, wie zum Beispiel die Antioxidantien, sondern dass sie sich eben auch mit Lektinen vor dem Gefressenwerden schützen. Und es kann sehr sinnvoll sein, sich bewusst zu werden, in welchen Lebensmitteln Lektine enthalten sind. Denn Lektine gehen zum Beispiel kaputt durch Fermentieren, durch Gären und auch durch Erhitzen. Ausnahme, das Gluten, das ist hitzebeständig. Getreideprodukte werden viel bekömmlicher, wenn sie einen langen Fermentations- oder Gärprozess hinter sich haben. Wie zum Beispiel ein richtig schönes Sauerteigbrot, was lange ruhen durfte. Und auch hier zeigt sich wieder, dass unsere moderne Ernährung, wo alles ganz schnell gehen muss, wo wir mit schnellen Backtriebmitteln arbeiten, äußerst ungesund für uns ist, weil wir dadurch viel zu viele Lektine aufnehmen. Und bei Menschen, die vielleicht sehr viel Stress haben, oder wo der Darm schon vorgeschädigt ist, oder die vielleicht sogar eine Glutenunverträglichkeit haben, oder auch eine Weizensensitivität mitbringen, kann das zu richtigen Problemen führen. Nachdem wir jetzt die ganzen Bösewichter angeguckt haben, gehen wir noch einmal zurück zu den guten Stoffen, mit denen die Pflanzen sich schützen und die auch uns schützen, die wir über die Pflanzen aufnehmen können. Und das sind die Antioxidantien. Hierzu zählen vor allen Dingen Beeren, dunkelgrünes Blattgemüse, Süßkartoffeln, Samen und Nüsse, Gemüse, Salate, Kräuter, Früchte, Sprossen, aber auch Wildpflanzen, wie zum Beispiel Löwenzahn, Vogelmiere, Milde, Giersch, Brennnessel und so weiter. Besonders wertvoll für dich sind auch Ölsaaten und naturbelassene Öle und Fette. Zu den anti-entzündlich wirkenden Lebensmitteln zählen solche wie Kurkuma, Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln, Meerrettich, Kresse, Sprossen, Aloe Vera, Echinacea als Tee, echtes milchsaures Sauerkraut oder anderes fermentiertes oder milchsauer eingelegtes Gemüse, Brennnesseln, Beeren, Papaya, Ananas, Äpfel, Rucola, Senf, Pfeffer, Zimt, Blattsalat, Chili, alles, was dunkelgrüne Blätter macht, denn das Chlorophyll in den Blättern, also der grüne Blattfarbstoff, wirkt anti-entzündlich, zum Beispiel Spinat oder Weizengras. Fast alle Gewürzpflanzen, wie Salbei, Rosmarin, Oregano, Thymian, Minze, Melisse und so weiter. Und du merkst schon, wir haben ganz viele tolle pflanzliche Helferlein, die uns unterstützen können, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Und es ist ganz einfach, wir müssen einfach nur mehr von ihnen essen. Du kannst dir auch anti-entzündliche Smoothies machen, in denen du diese Lebensmittel miteinander kombinierst und diese Smoothies wie einen kleinen Heiltrank zu dir nehmen. Als nächstes möchte ich dir etwas über Fette erzählen. Da gibt es wieder zwei, welche die Entzündungen fördern und welche die anti-entzündlich wirken. Fangen wir mal mit den Bösewichtern an. Es gibt bestimmte Fette, die als entzündungsfördernde Lebensmittel gelten und richtig übel sind. Und das sind gehärtete Fette, Omega-6-Fettsäuren im Übermaß, Arachidonsäure und Transfette. Omega-6 befindet sich in fast allen Fetten, aber wenn es in sehr hohen Dosen aufgenommen wirkt, wird es entzündungsfördernd. Das heißt jetzt nicht, dass du Omega-6 komplett meiden musst, denn auch Omega-6 ist eine essentielle Fettsäure, die über die Ernährung aufgenommen werden muss, aber es kommt auf das richtige Maß an. Eher weniger Omega-6 und eher mehr Omega-3, denn Omega-3 zählt zu den guten Fettsäuren, die anti-entzündlich wirken. Aber dazu erzähle ich dir gleich noch mehr. Besonders reich an Omega-6 sind Sonnenblumenöl, Sesamöl, Palmöl, Frittierfett, aber auch teilweise billiges Olivenöl. Die nächste böse Fettsäure ist die Arachidonsäure. Diese Fettsäure gehört auch zu den Omega-6-Fettsäuren und sie befindet sich vor allen Dingen in Fleisch, besonders im Schweinefleisch, aber auch in Milchprodukten und in kleinen Mengen in Eiern. Arachidonsäure hat in hohen Dosen einen ganz fatalen Einfluss auf Entzündungsreaktionen und führt zu einer Schwächung deiner Mitochondrien, also deiner Zellkraftwerke. Warum ist das so? Genau wie andere Omega-6-Fettsäuren sitzt die Arachidonsäure in unseren Zellmembranen und bei einer Entzündung im Körper werden sie freigelassen und verwandeln sich in verschiedene Entzündungsstoffe um. Das heißt, Entzündungen werden angeheizt und ich kann dir nur empfehlen, dass du versuchst, diese Fette oder diese Öle auszusparen und lieber zu gesunden Alternativen wie Nüssen, Samen, Gemüsen und Hülsenfrüchten zu greifen. Dann würde ich dir gerne ein bisschen mehr über die guten Fette erzählen. Also, ich habe dir vorhin schon gesagt, das Verhältnis, um gesund zu bleiben, ist bei Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren entscheidend. Das heißt, du brauchst viel Omega-3-Fettsäuren und wenig Omega-6-Fettsäuren. Deshalb solltest du Öle mit viel Omega-3-Fettsäuren vor allen Dingen DHEA und EPA zu dir nehmen. Diese Abkürzungen sind spezielle Bezeichnungen für die Omega-3-Fettsäuren. Besonders von DHEA weiß man, dass es stark entzündungshemmend wirkt. Die Vorstufe von Omega-3 ist die Alpha-Linolensäure und die findest du zum Beispiel in Leinöl, in Kürbiskernöl und in Hanföl. Ansonsten findest du die Omega-3-Fettsäure DHEA und EPA nur in Krill und Fisch und der ist ja stark jodhaltig und schadstoffbelastet und in Mikroalgenöl. Und das Mikroalgenöl gibt es auch so stark gefiltert, dass kein Jod mehr drin ist. Zum Beispiel die Firma Norsan bietet ein ultrafein gefiltertes Mikroalgenöl ohne Jod an. Es gibt einen einzigen Haken, den Omega-3-Fettsäuren haben, den du kennen musst und das ist, dass sie hitzeempfindlich sind. Du kannst mit ihnen nicht braten oder kochen, weil sonst die wertvollen Omega-3-Fettsäuren zerstört werden. Du darfst sie also nur kalt verwenden. Das heißt, du kannst dir ein schönes Pesto draus machen, eine Salatsauce oder sie zum Beispiel in deinen Halsmusi mit reintun. Wenn wir von entzündungshemmenden Stoffen Stoffen und entzündungshemmender Nahrung sprechen, kommen wir um die Superfoods nicht drum rum. Was ist ein Superfood? Ein Superfood ist einfach ein Nahrungsmittel, das verschiedene positive Eigenschaften vereint und deswegen super ist und an ganz vielen Stellen in deinem Körper etwas Gutes für dich tut. Ein echtes Superfood liefert von einem bestimmten oder von mehreren Nähr-, Wirk- und Vitalstoffen eine sehr große Menge und kann damit einfach deutlich mehr als die übrigen Nahrungsmittel. Superfoods wirken antioxidativ, entzündungshemmend und aktivieren die Funktion der Ausleitungs- und Entgiftungsorgane. Es gibt daher bei Krankheit nichts Besseres als eine gesunde Ernährung aus vielen unterschiedlichen Superfoods, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung unterstützen und häufig sogar verstärken. Wenn du zum Beispiel Brokkoli oder Brokkolisprossen mit Granatäpfeln und Datteln kombinierst, hast du eine ganz tolle Kombination. Du darfst hier reichlich zugreifen. Solche Superfoods sind zum Beispiel Gorgi-Beeren, aber auch überhaupt alle Beeren, die du bekommen kannst. Wildpflanzen wie Brennnessel, Löwenzahn, Rotklee, aber auch überhaupt eigentlich alle Wildkräuter sind richtige tolle heimische Superfoods, denn sie suchen sich ihren Standort aus und gedeihen nur dort, wo sie optimale Bedingungen haben und aus ihnen sind auch keine Nährstoffe oder Bitterstoffe rausgezüchtet. Kräuter, Gewürze, Wurzeln wie Ingwer, Kurkuma, Saaten und Nüsse und bestimmte Algen sind auch ganz, ganz reich an Nährstoffen. Kommen wir mal zu zwei Algen, die es wirklich in sich haben und die du bedenkenlos verwenden darfst, weil sie Süßwasseralgen sind. Die erste Alge ist Spirulina. Spirulina ist eine richtige Power-Alge und du bekommst sie entweder gemahlen als Pulver oder als Presslinge, die du wie eine Tablette runterschlucken kannst. Und sie werden traditionell zur ganzheitlichen Vitalstoffversorgung angewendet. Diese Süßwasseralge hat eine ganz hohe Nährstoffdichte. Außerdem bringt sie wertvolle, ungesättigte Fettsäuren, wie nämlich die DHA und EPA Fettsäure, hervor. Spirulina gilt als eine der nährstoffreichsten pflanzenartigen Lebensformen und ist deshalb als Nahrungsergänzung sehr beliebt. Spirulina besteht zu etwa 60-70% aus Eiweiß und enthält alle wesentlichen Vitamine und Spurenelemente, die der menschliche Organismus zum Aufbau von Zellen sowie zur Bildung von Hormonen und Enzymen benötigt. Die zweite Alge, die ich dir vorstellen möchte, ist Chlorella. Auch diese jodfreie Süßwasseralge ist reich an verschiedenen Mikronährstoffen und Chlorophyll, das ist dieser grüne Pflanzenfarbstoff, welcher stark antientzündlich wirkt. Außerdem hat Chlorella die Eigenschaft, den Körper bei der Entgiftung zu unterstützen, wovon deine Leber und deine hormonbildenden Drüsen besonders profitieren. Und es gibt ein heimisches Superfood, was mithalten kann und das ist die gute alte Brennnessel. Die Brennnessel ist eines meiner aller, allerliebsten Wildgemüse, weil sie so unglaublich vielfältig eingesetzt werden kann, weil man mit ihr richtig lecker kochen kann und weil sie eine richtige Nährstoffbombe ist. Sie wächst bei uns an jeder Ecke, fast rund ums Jahr. Jedes Kind kann sie sicher erkennen und von der Brennnessel kannst du einfach alles essen. Von der Wurzel bis zum Samen, vom Stängel bis zum Blatt ist nichts an ihr giftig und ganz besonders lecker sind die obersten Triebspitzen oder auch die zarten Brennnesselsprossen, die im Frühling erscheinen. Du kannst sie dir sammeln und in deiner Küche weiterverarbeiten. Wenn du mal im Internet nach Rezepten mit Brennnessel googlest, wirst du ganz, ganz viele Treffer kriegen. In manchen Ländern wird Brennnessel sogar als Gemüse auf dem Markt verkauft. Ganz allgemein sind Wurzeln sehr, sehr nährstoffreich, denn da speichert die Pflanze Vorräte für den Winter oder ihre Kraft, damit sie überhaupt austreiben kann. Und Knollen wie Ingwer und Kurkuma zum Beispiel sind auch richtige Superfoods, die total vollgepackt sind mit Nährstoffen und dich sehr, sehr fein unterstützen können, zumal sie stark antientzündlich wirken. Achte hier nur bitte unbedingt auf richtig gute Bio-Qualität, da diese beiden in China angebaut werden und wenn sie aus konventionellem Anbau kommen, häufig bei Tests unglaublich hohe Mengen an Schadstoffen aufweisen. Eine weitere Sache, die ich dir hier ans Herz legen möchte, sind Vitalpilze. Vitalpilze gehören zu den mächtigsten Organismen, die die Natur für die Gesundheit zu bieten hat. Die Nutzung von Pilzen als Heilmittel hat eine lange Tradition innerhalb der Volksmedizin, hierzulande wie auch in der traditionellen chinesischen Medizin. Und heute beschäftigen sich immer mehr Wissenschaftler mit den vielseitigen Wirkungen von Heilpilzen. Achtung! Der Begriff Heilpilz ist nicht geschützt, also jeder Pilz darf als Heilpilz deklariert und vertrieben werden. Gemeint ist damit aber ein Pilz, der besonders gesundheitsfördernde Eigenschaften hat und den Körper unterstützen kann. Heilpilze und Vitalpilze haben eine immunstärkende beziehungsweise ausgleichende Wirkung und sie erweisen sich als starke Adaptogene. Das heißt, sie reduzieren Stress auf Zellebene. Sie sorgen dafür, dass die Stresshormone nicht mehr andocken können an ihren Rezeptoren oder aber, dass sie gar nicht erst gebildet werden. Sie haben eine ausgleichende Wirkung auf den Stresshaushalt. Vitalpilze haben eine ganz natürliche Vielfalt an Aminosäuren, Provitaminen, Vitaminen, Enzymen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Mikronährstoffen. Insbesondere sind die Pilz-Polysaccharide und die Beta-Glucane ganz, ganz wichtig für die Wiederherstellung der Homöostase im Körper. Was ist Homöostase? Homöostase ist der Zustand, den dein Körper hat, wenn er vollkommen im Gleichgewicht ist, vollkommen in der Balance ist, wenn er gesund ist und alles funktioniert. Bei Morbus Basidu können Vitalpilze dich besonders unterstützen, wenn du unter Haarausfall und Hautproblemen leidest. Außerdem regulieren sie Entzündungsprozesse, sie gleichen ein hormonelles Ungleichgewicht aus und wirken gegen Nährstoffmangel. Du kannst verschiedene Vitalpilze miteinander kombinieren oder sie einzeln nehmen und es gibt ein paar Vitalpilze, die in ihrer Wirkung so perfekt sind, dass sie bei Morbus Basidu empfohlen werden. Und diese Vitalpilze sind Cordyceps, Hericium, Raishi, Agaricus und Chaga. Achtung! Bevor du Vitalpilze einnimmst, sprich bitte mit deinem Arzt oder Heilpraktiker, ob das für dich geeignet ist und achte, wenn du welche bestellst, unbedingt darauf, dass du einen seriösen Anbieter hast, denn Vitalpilze boomen so ein bisschen und es gibt ganz viele schwarze Schafe, die auf diesen Zug ausspringen und da ihr Geld verdienen wollen und alles Mögliche als Vital- und Heilpilze anbieten, wo einfach eine ganz miese Qualität vorliegt, wo Schadstoffe oder Schimmelpilze mit drin sind und bevor du zu Vitalpilzen greifst, sorg wirklich dafür, dass du eine gute Quelle hast, damit du dir keinen Schaden zufügst. Wenn du Vitalpilzextrakt bestellst, hat das den Vorteil, dass er sich sehr schön in Wasser auflöst und dass du ihn in Getränke einrühren kannst. Du kannst dir zum Beispiel eine goldene Milch mit Vitalpilzen machen oder dir einen sogenannten Vitalpilz-Kaffee machen. Dabei nimmst du Vitalpilz-Pulver und mischt es mit verschiedenen Gewürzen wie zum Beispiel Kurkuma, Zimt, Kardamom, Nelken und Kakao und machst dir einfach ein leckeres und gesundes Heißgetränk. Damit deine Schilddrüse vernünftig arbeiten kann, braucht sie auch verschiedenste Mikronährstoffe und Vitamine. Unter anderem Magnesium, Zink, Vitamin B12, Proteine, also Eiweiße, Eisen, Selen, die Aminosäure, Tyrosin, verschiedenste B-Vitamine, zum Beispiel B2, B3, B6, Vitamin E, C, D. Und es macht durchaus Sinn, mal beim Arzt, diese Werte kontrollieren zu lassen, ob die in Ordnung sind, ob du da im oberen Bereich liegst oder ob du gegebenenfalls an dieser Stelle irgendwo substituieren solltest. Eine gesunde und vollwertige Ernährung versorgt dich mit allen Vitalstoffen, mit allen Vitaminen und Mineralstoffen, die du brauchst und deshalb macht es durchaus Sinn, sehr abwechslungsreich und ausgewogen zu essen. Wenn es dir an irgendetwas mangelt, muss nicht unbedingt eine fehlende Nährstoffzufuhr der Grund sein, sondern es kann auch sein, dass du Probleme mit deinem Darm hast, denn die Nährstoffe werden im Darm aufgenommen. Und wenn du zum Beispiel sehr viel Stress hattest, was ja eine Ursache für Morbus Basado ist, deswegen gehe ich mal davon aus, dass du sehr viel Stress hattest, dann ist es häufig so, dass der Darm in irgendeiner Form geschädigt ist oder nicht mehr gut arbeitet. Und es macht durchaus Sinn, wenn du feststellst, dass dir zum Beispiel Eisen fehlt, du aber das Gefühl hast, naja, ich bekomme über die Ernährung schon genug, dass du mal deinen Darm sanierst, dass du also verstärkt auf Ballaststoffe setzt, auf fermentierte Lebensmittel, dass du gesunde Kulturen in deinen Darm hineinbringst und deinen Darm einfach ein bisschen dabei unterstützt, dass da wieder viele gute Helferlein unterwegs sind, die dich in der Verdauungsarbeit unterstützen können. Es gibt ein paar Nährstoffe, die wirklich wichtig sind für deinen Körper, für deine Schelddrüse. Das eine ist Selen. Selen ist ein ganz, ganz wichtiges Spurenelement für deinen Körper. Es steigert die Immunabwehr, es wirkt antioxidativ, es schützt vor Entzündungen und es spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung eines gesunden Stoffwechsels. In deiner Schelddrüse findet sich mehr Selen als irgendwo anders in deinem Körper, weil deine Schelddrüse Selen für den Stoffwechsel braucht. Und genauso wie das Jod erfüllt auch das Selen eine wichtige Funktion bei der Hormonsynthese und dem Stoffwechsel in der Schelddrüse. Paranüsse sind wahre Selenbomben. Schon zwei Stück können deinen Tagesbedarf decken. Es kann aber auch sein, dass es dir lieber ist, wenn du Selen substituierst, sprich da bitte mit deinem Arzt drüber. Selen findet sich übrigens auch in Linsen und Reis. Der nächste Stoff, den du im Auge haben solltest, ist Zink. Zink ist an über 300 Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt und spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Immunfunktion. Es ist wichtig, dass du einen hohen Zinkspiegel hast und dass du zinkreiche Lebensmittel in deinen Speiseplan integrierst. Zink findet sich in Monsamen, in Kürbiskernen, in Walnüssen, Mandeln, Weizenkeimen, Sonnenblumenkernen, Leinsamen, Erdnüssen, Haferflocken, Paranüssen und Linsen. Du kannst Zink aber auch substituieren, zum Beispiel als Tropfen oder Tabletten. Auch da sprich bitte mit deinem Arzt, lass es vorher prüfen. Und wisse, dass Zink stark anti-entzündlich wirkt. Also es kann auch sehr schön helfen, wenn man zum Beispiel Hautprobleme bekommt, während der Erkrankung, mal den Zinkspiegel anzuschauen und den zu erhöhen. Was du auch unbedingt brauchst, sind B-Vitamine, vor allen Dingen B12, B6 und du findest viele B-Vitamine in Hefeflocken, aber auch in Bierhefe, in milchsauer eingelegtem Gemüse, in Himbeeren, Erdbeeren, Spinat, Feldsalat, Erbsen und Linsen, Grünkohl, Erdnüssen, Brokkoli, Bananen, Pilzen, Nüssen, Weizenkeimlingen, aber auch verschiedensten Saaten, wie Sonnenblumenkerne, Sesam und Kürbiskerne, sowie in der Alge Spirulina, die wir ja schon besprochen haben. Was du auch brauchst, ist Eisen. Eisenreiche pflanzliche Lebensmittel gibt es in Hülle und Fülle und wenn man ausreichend von ihnen zu sich nimmt und dann noch aufnahmefördernde Methoden anwendet, wie zum Beispiel Vitamin C reiche Lebensmittel dazu kombiniert, dann ist es in der Regel kein Problem, den Körper ausreichend mit Eisen zu versorgen. Ich lege dir die Brennnessel ans Herz, weil sie unfassbar viel Eisen enthält und ihre Zusammensetzung so beschaffen ist, dass du es ideal aufnehmen kannst. Lass uns mal einen kleinen Blick auf die richtigen Bösewichter in der Ernährung werfen, denn ich habe dir jetzt schon ganz, ganz viel erzählt, was dir gut tut und jetzt würde ich gerne einmal noch ganz deutlich sagen, was du unbedingt meiden solltest. Also zwei entzündungsfördernde Fette hast du ja schon kennengelernt, Omega-6 und Arachidonsäure und es gibt aber noch andere Lebensmittel, die wirklich als entzündungsfördernd gelten. Raffinierter Zucker, also der weiße Zucker, der Kristallzucker, Alkohol, Industrieprodukte, das heißt so industriell verarbeitete Produkte, wie irgendeine Erbsensuppe aus der Dose oder aber auch verschiedenste Fixtüten, Fertiggerichte, sowas. Mit Pestiziden belastetes Obst und Gemüse. Achte bitte unbedingt auf Bioqualität. So, so wichtig für dich gerade. Frittiertes, Fleisch, besonders Schweinefleisch und Milchprodukte. Einerseits Milchprodukte wegen des Jodgehalts, weil in Milchprodukten viel Jod drin ist. Andererseits wegen der Arachidonsäure und wenn es konventionell erzeugte Milchprodukte sind, kann es sein, dass du dir einen richtigen Hormoncocktail zuführst, denn die Tiere werden häufig mit Hormonen gemästet und mit Hormonen dazu angeregt, dass sie so lange Milch produzieren. Und das hast du dann nachher in der Milch drin. Außerdem sind immer ein paar Hormone in der Milch drin. Schließlich ist es ja ein Nährstoffcocktail für ein kleines Kälbchen, was das Kälbchen zum Wachsen anregen soll. Das heißt, die Wachstumshormone sind so oder so in der Milch drin. Deine Schilddrüse ist die größte Hormondrüse und sie reagiert äußerst empfindlich auf hormonelle Einflüsse. Milchprodukte stecken, wie gesagt, voller Hormone. Außerdem haben viele Kühe richtig Stress, weshalb du da auch nochmal Stresshormone aufnimmst. Und das alles landet in der Milch und schadet deiner Schilddrüse. Es macht also wirklich Sinn, zumindest auf Kuhmilchprodukte zu verzichten. Deutlich besser verträglich sind Schaf- und Ziegenmilch, wenn du dich damit anfreunden kannst. Eine Sache gibt es noch, die du auch unbedingt vermeiden solltest. Und das ist alles, was deinen Stoffwechsel irgendwie anregt, was dich wach macht, was dir so einen Energiekick versetzt. Denn davon hast du im Moment mehr als genug. Das heißt, alles, wo Koffein oder Tee drin ist, gilt es zu vermeiden. Denn sämtliche Energydrinks oder auch Alkohol sind im Moment absolut schädlich für dich. Ja, und damit hast du es jetzt quasi schon geschafft. Damit habe ich dir schon einen guten Überblick darüber gegeben, was dir alles gut tut. Wenn du magst, google einfach mal nach entzündungshemmenden Lebensmitteln und nach entzündungsfördernden Lebensmitteln. Im Internet gibt es ganze Listen darüber, was alles Entzündung hemmt, was alles Entzündung fördert. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich es mir am leichtesten mache, wenn ich schlicht auf tierische Produkte verzichte oder weitgehend auf tierische Produkte verzichte. Denn pflanzliche Kost hat folgende Vorteile bei Morbus Baseldo. Du bekommst keine Hormonbelastung in den Körper. Pflanzliche Kost enthält viele, viele gesunde Omega-3-Fette und lässt die ungesunden Fette weitgehend weg. Pflanzliche Kost enthält viele Antioxidantien, viele Vitalstoffe, viele Vitamine und Mineralien. Sie wirkt anti-entzündlich. Sie ist weitgehend jodfrei und wenn sie biologisch organisch erzeugt wurde, ist sie auch schadstofffrei. Du musst nicht zum 100% Hardcore-Veganer werden, wenn du das nicht möchtest. Du kannst zum Beispiel ab und zu ein Ei essen oder auch helles Fleisch oder du schaust, wenn du gar nicht darauf verzichten kannst, dass du sehr, sehr gutes Bioprodukt bekommst, was jodfrei hergestellt wurde. Es gibt einen Hof, der sich darauf spezialisiert hat, jodfreies Bio-Fleisch herzustellen. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Und wenn du gar nicht auf Milchprodukte verzichten möchtest, kannst du mal schauen, wie du Schafs- und Ziegenkäse verträgst. Aber ansonsten würde ich dir wirklich raten, verzichte auf Kuhmilch, verzichte auf tierische Produkte, weil du es dir einfach sehr, sehr einfach machst. Und dadurch, dass Vegan gerade so hip und so in ist, gibt es so viele tolle Möglichkeiten und Alternativen, wo du zum Beispiel richtig gute pflanzliche Milch bekommen kannst. Achte bei Pflanzenmilch nur bitte darauf, dass nicht Algen als Verdickungsmittel eingesetzt wurden. Wenn da jetzt ein bisschen Sonnenblumenöl und Meersalz drin ist, schadet es aber nicht. Mit pflanzlicher Kost hast du keinerlei Medikamenten oder Antibiotika-Rückstände aus der Tiermast, die du mit aufnimmst, die deinen Körper belasten. Du isst kein schädliches Cholesterin, viel weniger gesättigte Fettsäuren und du nimmst auch viel weniger krebserregende Stoffe auf, wie sie zum Beispiel in verarbeitetem Fleisch vorkommen können. Was ich auch zu bedenken finde, ist, dass die Tiere bei dem Schlachtungsprozess unfassbarem Stress ausgesetzt sind und diese Stresshormone direkt in das Fleisch übergehen und du quasi mit jedem Happen Fleisch, den du isst, ein Stückchen Stress und Todesangst aufnimmst. Und das ist einfach etwas, was du in deinem jetzigen Zustand nicht unbedingt gebrochen kannst. Ich lade dich ein, einfach nach und nach in deinem Tempo all das, was ich dir hier geteilt habe, einfach mal auszuprobieren, in deinem Tempo umzusetzen. Vielleicht magst du erstmal die Milchprodukte weglassen und dann nach und nach die Fleischprodukte ersetzen und weglassen und dich so Schritt für Schritt einer immer gesünderen, immer vollwertigeren, immer pflanzenbasierteren Kost ernähren, und einfach mal zu beobachten, was macht es mit dir und deinem Körper. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen und aus der Zusammenarbeit mit ganz, ganz vielen Frauen, dass die größte Hürde eigentlich nur die im Kopf ist. Dass es so dieser innere Widerstand ist, wenn wir liebgewonnene Gewohnheiten loslassen müssen, neue Wege trampeln müssen beim Einkaufen und uns einfach erstmal so ein bisschen umstellen müssen. Das ist erstmal unbequem und da wehrt sich so das System so ein bisschen. Aber die Vorteile überwiegen so sehr, weil häufig, wenn wir konsequent umstellen, in kurzer Zeit richtig tolle Verbesserungen zu merken sind. Du wirst merken, dass es dir besser geht, wie die Energie zurückkommt, wie vielleicht Symptome verschwinden. Und das ist so ein schönes Gefühl, das erreicht zu haben. Und es ist auch ein wunderschönes Gefühl, Feedback vom Körper zu bekommen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Genau, hier noch vielleicht so ein bisschen ein Wort dazu. Dein Körper gibt dir immer Feedback. Und dein Körper sagt dir eigentlich auch ganz genau, was gut für dich ist und was du gerade brauchst und was du verträgst. Achte einfach mal darauf, ob du etwas gerne magst, ob du Lust auf etwas hast oder ob irgendwas in dir sagt, boah, nee, geht gar nicht. Dein Körper gibt dir auch Feedback, ob dir eine Ernährungsform gut tut oder nicht. Probier es einfach aus. Und wenn du das Gefühl hast, ich fühle mich besser, vielleicht verschwinden Symptome, der Schlaf wird besser, meine Entzündungswerte sinken, dann bist du absolut auf der richtigen Spur. Wenn du aber das Gefühl hast, ich quäle mich dadurch und es bringt überhaupt nichts und ich merke gar keine Verbesserung, es geht mir vielleicht sogar schlechter oder ich habe jetzt Verdauungsprobleme, dann ist auch das eine Botschaft deines Körpers, dass du da genau hinschauen darfst und Dinge verändern darfst. Wenn du ganz neue Lebensmittel einführst, dann mach das Schritt für Schritt, nicht alle auf einmal, sondern probier aus, ob du ein Lebensmittel magst und verträgst. Und wenn du das magst und verträgst, dann integrier das und dann nimm dir das nächste vor. Und so geh den Weg in deinem Tempo, lass dir Zeit, sei liebevoll mit dir auf dem Weg und vor allen Dingen, mach dich locker und hab Spaß. Essen soll dir Genuss bringen, Essen soll dir Gesundheit bringen, es soll deinen Körper nähern, es soll dir verhelfen zu mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude, mehr Energie. Denn deine Energie ist ganz, ganz wichtig. Jede deiner Zellen braucht Energie, damit sie dir wieder Energie schenken kann. Und diese Energie muss in Form von Nährstoffen in deinen Körper kommen. Und am besten ist es, wenn die Energie nicht in so schwankenden Schüben ankommt, sondern wenn dir eigentlich konstant Energie zur Verfügung steht. Wichtig ist hier ein stabiler Blutzuckerspiegel. Für einen stabilen Blutzuckerspiegel ist es wichtig, dass du die schnellen Kohlenhydrate wie Zucker, Weißmehl und sowas vermeidest und dass du auf langkettige Kohlenhydrate umsteigst, wie zum Beispiel Vollkornprodukte und Gemüse oder aber auch Obst, was natürliche Süße enthält und einfach vom Körper langsamer aufgespalten wird. Eine blutzuckerstabilisierende Mahlzeit hat idealerweise Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Das kann zum Beispiel sein, dass du dir morgens früh einen schönen Porridge machst, also einen Haferbrei und da vielleicht verschiedene Saaten drauf streust, ein Löffelchen Kokosöl einrührst, dass du ein bisschen Fett aufnimmst, vielleicht Mandeln dazu tust, denn die haben Eiweiß oder mit einem pflanzlichen Eiweißpulver arbeitest und dir das Ganze topst mit Früchten und Beeren. Dann hast du Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate und Ballaststoffe und so ein Frühstück macht dich lange satt und das kann auch sehr schön helfen, wenn du unter diesen für Morbus Basel typischen Heißhungerattacken leidest, die dich gefühlt Berge essen lassen können und irgendwie nicht richtig sättigen. Ich habe übrigens festgestellt, dass es beim Einkaufen gar nicht so schwierig ist, auf eine pflanzenbasierte Kost umzusteigen, weil du bei Aldi und Co. DM, Edeka und Rewe eigentlich schon das Allermeiste bekommst und vielleicht noch einen gut sortierten Bio-Supermarkt brauchst und damit aber eigentlich auch schon deinen Nährstoffbedarf und deine Lebensmittel bekommst. Es gibt eine Sache, vor der ich dich noch warnen möchte, in Anführungsstrichen. Es ist wichtig, dass du pflanzenbasiert isst, aber hüte dich bitte vor veganen Ersatzprodukten für Wurst oder Käse. Wenn du da mal die Verpackung umdrehst und auf die Zutatenliste schaust, wird dir meistens anders. Das sind keine gesunden Lebensmittel mehr, weil da meistens viele Aromen drinstecken, verschiedenste Stabilisatoren, allerlei Punch. Häufig ist darin viel Sonnenblumenöl enthalten, was mit 311 zu 1 ein extrem ungünstiges Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3 hat, welches eigentlich maximal bei 5 zu 1 liegen sollte und dadurch dann schon wieder entzündungsfördernd wirkt. Also schau einfach da. Es gibt inzwischen so gute vegane Foodblogs und vegane Rezeptbücher, wo du dir richtig geile Aufstriche selber machen kannst, wo du ganz, ganz tolle Inspirationen bekommst. Also nutze da auch einfach die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, indem du einfach mal durchs Internet surfst und schaust, was dich da so anlacht. Auch wenn das jetzt richtig viel Input war, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie es jetzt vielleicht beim ersten Mal Hören klingt. Bei dir steht ab jetzt einfach viel Gemüse, Salat, komplexe Kohlenhydrate wie Süßkartoffeln, brauner Reis, Bohnen, Linsen, frisches Obst auf dem Speiseplan. Das Ganze ergänzt du mit anti-entzündlichen Lebensmitteln und Superfoods, mit frischen Kräutern und vielleicht stellst du sogar fest, dass sich für dich ganz neue kulinarische Welten auftun. Du wirst schnell merken, das ist gar nicht so kompliziert. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung und den Ergebnissen meiner Mentees und der Frauen, die ich begleitet habe, rate ich dir zu einer veganen, ausgewogenen, vollwertigen Ernährungsweise. Damit habe ich und ganz viele andere Frauen auch die allerbesten Erfahrungen gemacht und die ganzen Informationen, die ich dir jetzt hier in dieser Podcast-Folge geteilt habe, helfen dir, die ersten Schritte auf diesem Weg zu gehen. Gleichzeitig lässt du bitte alles weg, was die Entzündungsschübe in deinem Körper fördern kann, was Jod in deinen Körper hineinbringt, was Fremdhormone in deinen Körper hineinbringt und was deinen Körper durch Schadstoffe belastet. Und damit hast du nicht nur für deine Schilddrüse unglaublich viel Gutes getan, sondern auch für deinen weiblichen Hormonhaushalt, für deinen Zyklus, denn diese Ernährungsform ist sehr, sehr hormonfreundlich. Und ich habe es schon häufig beobachtet, dass viele Beschwerden, die die durch mich begleiteten Frauen seit Jahren hatten, mit dieser Ernährung mitverschwunden sind, von Allergien über Hautproblemen bis hin zu Verdauungsbeschwerden oder Problemen mit dem Zyklus. Ich möchte diese Podcast-Folge abschließen mit einem kleinen Best-of der Wildkräuter, die dich bei Morbus Basel unterstützen können, die fast jeder kennt, die für dich einfach zu finden sind und überhaupt an dieser Stelle mal eine Lanze für Wildkräuter und unsere heimischen Superfoods brechen. Wir glauben leider so oft, dass es nötig ist, dass wir uns irgendwelche Pillen bestellen, dass wir Nahrungsergänzungsmittel einschmeißen und vergessen dabei, dass Mutter Natur uns mit allem versorgt, was wir brauchen und dass die allerschönsten und besten und gesündesten und frischesten Superfoods häufig direkt vor unserer Haustür wachsen. Und das sind Wildkräuter und Heilpflanzen. Wildkräuter haben den entscheidenden Vorteil, dass sie sich ihren Standort selber aussuchen können, dass sie nicht überzüchtet sind, dass sie eine ganze Bandbreite an Nährstoffen enthalten, die aus unserem, ich sag mal, konventionellen Gemüse, was wir so im Garten anbauen, längst verschwunden sind, rausgezüchtet sind. Und das allererste, was ich dir auch vorhin schon ans Herz gelegt habe, ist die gute alte Brennnessel. Zum einen erkennt sie wirklich jeder, zum anderen ist sie aufgrund ihres ultra hohen Eisen- und Nährstoffgehalts ein wahres Superfood und eine richtige Unterstützerin deiner Zellen. Denn Brennnessel reichert so viele Nährstoffe in deinem Körper an, dass deine Zellen wie von innen gestärkt werden, wie von innen gekräftigt werden. Sie hat eine stark entzündungshemmende Wirkung, enthält ganz, ganz viele Antioxidantien. Und ich liebe Brennnesseln in meinen Smoothies oder zum Beispiel in Teigtaschen. Und keine Sorge, wenn die Brennnessel püriert ist oder wenn sie gebacken ist oder in irgendeiner Form erhitzt ist, dann brennt sie kein Stück mehr, weil die Brennhaare haben sozusagen nur einen Schuss frei. Wenn die mit irgendetwas in Kontakt kommen, dann brechen die, geben ihr Nesselgift ab und danach ist die Sache durch. Und beim Pürieren werden die Brennhaare so sehr berührt, dass die alle einmal zünden und danach ist die Geschichte erledigt. Genau das Gleiche gilt für Hitze. Unter Hitze wird dieses Nesselgift einfach zerstört. Das zweite tolle Superfood, was auch wirklich jedes Kind kennt, ist der Löwenzahn. Löwenzahn gibt es wie Sand am Meer. Das ist das, woraus die schönen Pusteblumen entstehen. Und es ist gut so, dass es so viel Löwenzahn gibt, denn Löwenzahn enthält eine ganz große Anzahl heilender und entzündungshemmender Substanzen. Löwenzahn ist leicht bitter, was uns zeigt, dass es die Leber und den Darm unterstützen kann. Es enthält außerdem viele Carotinoide, Flavonoide, Gerbstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und kann als Salat gegessen oder in Smoothies verarbeitet werden. Achte jedoch darauf, dass du dich vielleicht von der Menge langsam rantastest, weil Löwenzahn ist wie gesagt ein bisschen bitter und unser Gaumen ist meistens so verwöhnt, dass wir schon ein leichtes bitter als ganz heftig empfinden. Ich kann dir aber eins sagen, das wird mit der Zeit besser und ich persönlich liebe Löwenzahn sehr. Eine weitere wundervolle Pflanze ist eine Blume, die du auch kennst und die dich auch unterstützen kann und das ist das gute alte Gänseblümchen. Man kann nicht nur wunderschöne Kränzchen daraus machen oder er liebt mich, er liebt mich nicht damit spielen, sondern du kannst Gänseblümchen essen und zwar von der Wurzel bis zur Blüte. Nichts daran ist giftig. Das gleiche gilt übrigens auch für Löwenzahn und Brennnessel, falls du dich das gefragt hast. Nichts davon ist giftig und Gänseblümchen haben eine entzündungshemmende Wirkung. Also, geh doch mal raus und toppe deinen Salat mit ein paar Gänseblümchenblüten. Das tut dir gut. Außerdem enthalten Gänseblümchen Saponine, Bitterstoffe, Gerbstoffe, ätherische Öle, Antioxidantien, Flavonoide und Fumarinsäure. Alles an der Pflanze schmeckt angenehm mild, du kannst also auch die Blätter im Salat verarbeiten. Eine vierte wundervolle Pflanze, die ich dir gerne vorstellen möchte, ist die Vogelmiere. Für die meisten ist es ein lästiges Unkraut, was sich einfach immer wieder in den Garten setzt, aber auch hier kannst du alles essen. Sie ist sehr angenehm mild und hat einen ganz hohen Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen. Sie eignet sich als Halbpflanze bei Entzündungen und Husten, als Salatpflanze, weil sie so mild schmeckt. Und du kannst sie auch in deine Smoothies packen. Als nächstes würde ich dir gerne den Bärlauch ans Herz legen. Wenn Bärlauch-Saison ist, kannst du hier reichlich zugreifen. Zum einen ist Bärlauch ein biologischer Schilddrüsenblocker, zum anderen hat er aber auch ganz stark anti-entzündliche Substanzen in sich und er hilft bei der Entgiftung. Er enthält reichlich Allicin, Vitamin C und verschiedene Mineralsalze und Eisen. Er wirkt zusammenziehend, anregend, antibiotisch, blutreinigend. Er senkt den Cholesterinspiegel, wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend und blockiert, wie gesagt, deine Schilddrüse. Eine weitere wundervolle Heilpflanze, die du vielleicht als Tee kennst, ist die Kamille. Du kannst Kamille aber auch, wenn du sie frisch bekommen kannst, so essen. Und Kamille wirkt beruhigend, entzündungshemmend. Du kannst frische Kamille mit in deine Smoothies tun oder du kannst sie dir getrocknet besorgen und aufbrühen und als Flüssigkeit, als Basisflüssigkeit in deine Smoothies hineingeben. Vielleicht an dieser Stelle noch kurz ein Wort zu getrocknet und frisch. Beim Trocknen gehen sehr, sehr viele wichtige Stoffe und vor allen Dingen auch Flüssigkeiten verloren. Und wenn du die Wahl hast, greif zu frischen Pflanzen, denn du hast eine viel höhere Nährstoffdichte und es ist ja etwas ganz anderes, ob du eine Pflanze frisch zu dir nimmst mit allem, was drin ist oder ob du einen wässrigen Auszug namens Tee machst, wo nur ein paar Stoffe gelöst sind, die sich eben in Wasser auflösen. Alle Gewürzkräuter wie Thymian, Rosmarin, Salbei, Oregano, die toll duften, haben eigentlich auch eine anti-entzündliche Wirkung. Das heißt, du darfst hier reichlich zugreifen, du kannst hier würzen und sie unterstützen einfach in vielerlei Hinsicht dein Immunsystem. Bau sie einfach mal öfter in deine Ernährung ein. Pfefferminze ist ein weiteres wundervolles Kraut, was du nutzen kannst. Pfefferminze kühlt, sie zieht Hitze und Entzündungen aus deinem System. Sie reguliert deinen Hormonhaushalt und besonders im Sommer oder wenn du so richtig in einem Hitzeschub von Morbus Basel bist, kann ein eiskalter Pfefferminzdrink richtig toll sein. Nimm dazu frische Pfefferminze und pack sie dir zum Beispiel mit Wassermelone zusammen in den Blender und mach dir einen Smoothie daraus. Das tut so gut, wenn du das Gefühl hast, dein Herz klopft bis zum Hals, dir ist unfassbar heiß, du bist gereizt. Das erdet so sehr und bringt dich richtig runter. Und was ich dir auch noch vorstellen möchte ist Weizengras, weil du es ganz, ganz einfach selber herstellen kannst. Du brauchst dazu einen Blumenkasten und ein bisschen Erde oder du kannst auch ein altes Backblech nehmen und da ein bisschen Blumenerde drauf tun und dann streust du dort Weizenkörner drauf, sprühst das Ganze schön mit Wasser ein und hältst das Ganze ständig feucht. Schon bald wird der Weizen anfangen zu keimen und wenn das Weizengras ungefähr 10 Zentimeter hoch ist, kannst du es abschneiden und ernten. Weizengras enthält unglaublich viel Chlorophyll, also dieser grüne Blattfarbstoff und wenn du die Gelegenheit und die Möglichkeit hast, dir Weizengras in einem Slowjuicer auszupressen, hast du ein richtig, richtig tolles Getränk, was ganz stark antientzündlich wirkt und deinem Körper ganz wundervolle Nährstoffe liefert. Chlorophyll hilft, neue Blutzellen zu bilden, es unterstützt den Sauerstofftransport zu den Zellen, es fördert die Entgiftung, es reguliert den Säurebasenhaushalt in deinem Körper und es hilft dir einfach an ganz vielen Stellen deinen Körper bei der Heilung zu unterstützen. Ein weiteres und letztes Heilkraut, was ich dir vorstellen möchte, ist die Schafgarbe und wenn du sie frisch nicht erkennen kannst, dann kannst du sie dir auch sehr gerne getrocknet in der Apotheke besorgen und den Tee trinken. Schafgarbe enthält viele Bitterstoffe und die Bitterstoffe unterstützen deine Leber bei der Entgiftungsarbeit. Solange du noch Schilddrüsenblocker nimmst, macht es unfassbar viel Sinn, deine Leber zu unterstützen, denn sie muss sehr sehr viel arbeiten, um die ganzen Schilddrüsenblocker abzubauen und Schafgarbe kann dich hier unterstützen. Außerdem wirkt sie insbesondere in der zweiten Zyklusphase, also vom Eisprung bis zur Blutung, unterstützend bei der Progesteronbildung. Das kann für dich sehr wichtig sein, weil wenn du sehr viel Stress hast, verbrauchst du unglaublich viel Progesteron und meistens liegt bei Frauen mit Morbus Baseldo ein richtiger Progesteron-Mangel vor. Und auch hier kann Schafgarbe dich ganz wunderbar bei deiner Heilung unterstützen und die Heilkräfte deines Körpers sanft anstoßen. So, und nachdem ich dir jetzt so, so viele Infos gegeben habe, ist es Zeit, dass du das Ganze in Ruhe verarbeiten kannst, dass du in die Umsetzung kommen kannst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder in der nächsten Podcast-Folge und ich sage dir bis dahin Tschüss, alles Gute, schreib mir gern deine Gedanken und deine Meinung zu der Podcast-Folge bei Instagram unter den entsprechenden Post, verlei dem Podcast gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung und schreib eine positive Rezension, wenn er dir geholfen hat und schreib mir auch bei Instagram gerne deine Fragen oder deine weiteren Podcast-Wünsche. Bis dahin, alles, alles Liebe, deine Gerti.